Willkommen zum... Naja, letzten Teil bestimmt nicht. Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Darkwing Dark 2 ins Risiko. Wir haben das versteckte Organisation Foul gefunden. Und auf geht's! Flieg uns hin! Quacki! Quack, mein treuer Gefährte. Yeah, willkommen Dr. Wily! Ähm, nicht wie Dr. Wily. Eisenbeiß! Wäre da auch mal was Neues, wenn Dr. Wily aus Megaman ein Schiff als Festung hätte. Ja, ich sag mir gar nicht, Hardcore, wir können Kanonenkugeln mit unserem Cape abwehren. Welcher Suchweite kann das schon von sich sagen? Ey, ich kann Kanonenkugeln mit meinem Cape abwehren. Guck dir das mal an. Warum hättest du die... denn Cap die ganze Zeit nach oben? Ich drück ja gar nicht. Komm! Ah, nee, das will ich ja gar nicht. Da und ist wieder der grüne Kollege, den haben wir ja voll vermisst. Na komm. Oh, ich muss nochmal den ganzen Soundtrack irgendwie runterladen. Ich hab irgendwie bisher nur zwei Lieder gefunden als mp3. Und darum muss ich erleben, das will ich haben. Komm, schieß! Das will ich nicht. Aber das hier will ich. Ach, nee, warum bück dich doch, Darkwing? Toll. War das jetzt die Mühe wieder wert? Komm, Schnecki! Du verrückter Kanon, Heini, du. Wow, das ist ja noch einer. Und zwar von den grünen Männchen wieder. Alle meine Männchen schmeißen auf den Darkwing, schmeißen auf den Darkwing. Das ist nicht sehr nett. Ich mach euch jetzt weg. So ungefähr. Komm, komm, vielleicht gibst du mir ja ein bisschen Energy. Wirf! Komm her! Immer ein Schüsschen, immer eins. Wow, was war denn? Was bist du für einer? Okay. Okay, ich kann nicht mit dem Blitz nicht verwunden. Was mache ich? Ah, ich muss ihn von hinten angreifen. Ach so, und auf der Hase. Jetzt schon wieder ein neuer da. Ja, da erinnere ich mich gar nicht mehr. Die Maus in der Ritterrüstung. Wahnsinnig kreative Gegner sind hier. In der Plattform machen, die schnell verschwindet. Komm her. Noch einer. Ja, komm, ich hab keine Zeit zu spielen. Verrückter Vogel, du. Noch so ein verrückter Vogel hätte ich mich fast erwischt, ey. und ausnehmen was trifft er mich denn hier mache ich mir so eine kontrolle plattform unter genau ja gut wenn mal irgendwann so ein zwischenpoint kommen würde nicht dass ich gleich wieder ganz von vorne anfangen muss das wäre scheiße und hier ist der enden terminator warum end terminator seht ihr gleich aber auch unnatürlich für diesen schluss da ein terminator skillet das mich tötet okay ich habe den speicherpunkt erreicht das ist gut ich will eben habe ich zehn gerade genug ha ha ausgedrückt da kommt so ein komisches mannequin raus ich brauche den blitz ja noch kommt end terminator aber der kommt gleich hoch soweit ich das weiß komm geh weg ich habe doch gesagt er kommt da jetzt hoch komm 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 was brauchst du denn so viele schüsse okay ich schaffe ich aber nein von so einem fliegenden metallskele zerquetscht ey ach man das darf nicht wahr sein ne fixer gegner im ganzen spiel ey komm geh weg penner der kleine bubi komm ich da rüber ja geht doch muss mich doch gar nicht mit dem da anlegen dafür lasse ich mich auch von dem kleinen pupsi da treffen natürlich und hinfort warum soll ich mich auch mit denen anlegen wenn ich sie einfach überspringen kann lass mich in ruhe ey ich habe sowas von keinen bock auf dich geht er müsste jetzt glaube ich ihm sein eigenes verderben laufen kommen suizid terminator nie mal der terminator hat bock auf sein leben ok das ist ein wohnenspieler obwohl selbst wenn wohnenspieler wäre ich für sollte das besser nicht nehmen und so sicher zurück ein stück ne der nicht der spielt ich den ersten abgrund gas okay wie sie richtig jetzt am besten okay da komme ich nicht ran okay wie mache ich das jetzt am besten verdammt da kommt da nicht raus na komm springen hau ab da er will nicht dann ebenso ich hab zeit ja ja jetzt auf einmal jetzt auf einmal du bist ein das schon der nächste ich will den blitz behalten ich will ein solcher horst noch mal falls so schön war komm geh weg ruby gib mir dein fass du möchtest gern doki ey über denen weg dem das fass wegschießen sich einmal von dem terminator treffen lassen weil es dir so viel spaß macht bei denen springe ich hier dann drüber komm ich kenne dich gar nicht ich will mit dem nichts schaffen haben laufen dann verlerben schört mich nicht nicht im gehörigsten okay das ist relativ einfach ich möchte diesmal kein risiko angehen komm lauf da runter das dumme ist jetzt als alle heil items die ich aufgesammelt habe nicht mehr wiederkommen okay diesmal schwinge ich einfach über dich drüber schön vorsichtig sein dann läuft der nicht einfach da runter okay das da unten ist der letzte genau so machen wir es wo hier direkt noch voller energie und dann ist der boss ich habe ihn als kind besiegt jetzt kommt der große moment aber in diesem video wenn ich das glaube ich nie mehr schaffen ich habe nämlich nur noch eine minute und deshalb wenn ich hier im nächsten video pulverisieren freut euch drauf bis dann